Ja, hab ihn. 36 Kernen hab ich jetzt schon. Hier musst du aufpassen, hier sind meistens... Oh, Galaxy down. Habt ihr noch... also habt ihr es angehittet? Ja, ähm, McRider. Boah, McRider, böse, ganz böse. Vor allem der verfolgt uns den Duck nach oben. McRider, ich hasse McRider. Ja, nur eine Schussung gegen irgendwas. Irgendwann, keine Ahnung. Ja, Panzerkeller. Ich hasse McRider. Alter, warum Viva, Alter, what the fuck? Was ist da los, ey? Hier, die sammeln alle Kürbisse, deswegen. Nee, es ist Alarm. Und was noch? So, wo bist'n du jetzt da, Futur? Wir sind jetzt wieder am Weg, da wo wir gestorben sind. Ja, ich bin jetzt fast beim Witzpunkt. Nein, es bin nicht. Doch, genau, hier sind wir verreckt, da ist die Schussstelle sogar noch, Digga. Oh, das kann auch eine andere Schussstelle sein. Ich bin ein Kilometer weit weg. Da so will ich es hin. Ich bin unten am Fluss. Okay, unten am Fluss, ein Kilometer weit weg. Das heißt, rechts rum wahrscheinlich, ne? Ah, hier ist ein Kürbis. Du siehst mich doch normalerweise. Ja, ich sehe dich jetzt auch. Ja. Ja, sorry. Ist nicht so easy, das Ding da hochzukriegen. Warte, ich fahre ein Stück runter, dann kannst du ihn machen. Nicht so einfach das Ding hochzukriegen hier ist nicht einfach, das stimmt. Ah, da seid ihr da drüben. Wo denn? Da, wer machst denn? Ja. Hier rast gerade auf mich zu. Ui! Schnauze! Komm mal leer. Ich hab hier wohl... Hm, keine Kürbisse. Nein, keine Kürbisse. Kürbisse. Äh, Mackie, hinter uns gibt Gas, gibt Gas. Er hat uns nicht gesehen. Er hat uns nicht gesehen. Nein, hat uns nicht gesehen. Nein, nicht. Boah, haben wir Lack, Alter. Aber hier kenne ich jetzt auch die Routen, aber hier sind halt viele Skites wahrscheinlich. Wir müssen aufpassen. Äh, Galaxy. Oh, fuck. Das Guide? Guide hängt hinter uns. Mest. Daneben geschossen. Nein. Ah, hat sie mich schon wieder rausgeschossen, die Stimme. Boah, ein Kürbisse. Ja, jetzt kommt der Kürbisse. Nein, das ist eine Laterne, Alter. Oh, das ist eine Laterne. Das kann ich. Wie heißt, du hast die Laterne, oder? Ja, und ich hab einen Kier gemacht. Gegen einen. Kannst du Spawn Peak setzen? Äh. Ja. Ähm. Ja, da fliegt noch was Böses rum. Dann mach's nicht aufmerksam auf uns, wenn's noch nicht schießt. Ich kann's aber treffen. Uff. Ich hab jetzt, glaube ich, Anti-Air-Raket mitgenommen. Gut. Fliegen. Wo ist die Laterne? Colput? Geh schon down. Schlag rein, schnell. Digga. Au. Ja, mach die mal weg. Boah. Ganz knapp. Denkst du ab, Bruder, oder du machst sie weg? Hast du Lockeruns jetzt dabei? Ja, ich hab... Einer hat sie schon gefressen. Wo ist er denn? Ja, eine zweite, dann brennst du. Ja, wo ist er denn? Hinter uns. Fuck. Ihr seid von vier Fünfen umzingelt. Was? Von zwischen die... Ja. Umpimmelt? Umpimmelt. Aua, ich hab einen getroffen. Aua, ich hab einen getroffen. Aua, ich hab einen getroffen. Okay. Ich hab auch einen erwischt. Ich hab froh gesagt. Muni, 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 Muni. Ja, Digga, wir sind gut. Oh, shit, shit. Scheiße. Oh, ich bin gleich tot. Ach, fuck euch doch, ey. Ihr könnt Ding spawn biegen. Ja, und was bringt's? Dazu spawnen? Nichts. Jemand einfach geraved. Ja, ich bin auch tot. Ich bin auch weggeflebt worden. Digga, wir haben eine Laterne gefunden. Naja, ich nicht. So, dann wieder hochfahren, würde ich sagen, zum North Point, und zwar von Echo Valley aus. Echo Valley. Echo Valley ist eine schöne Base, von daraus kann man immer schön agieren. Ich lass jetzt die Anti-Air drauf, wenn man sie wenigstens ein bisschen ärgern kann. Ja, damit kannst du ja auch Anti-Crowing hören, du hast ja Enhilator, oder? Neu, Hawk. Du hast drei, plus dreißig, Alter. Ja, dreißig, sag ich ja. Dreißig war die Laterne, Alter, und du hast sie mir weggenommen. Alter, ich hab jetzt wieder Negativ-Kadee. Und meine Laterne, ey. Tja. Ich hab's nicht mal gesehen, wie die Laterne aussieht. Ja, aber du verweckst, ey. Ja, wenn sie mich rausschießen, ich hab wieder das schlechteste Platz von allen. Ich hab's nicht schlechtesten Platz von allen. Ist auch nichts anderes verdient, ey. Na ja, Schnäuze. Aber beim Kürbisfahren darfst du nicht auf KD gehen, ey. Ich war bis eben, war ich positiv. Ich hab sogar Punkte gemacht beim Kürbisfahren. Stopp, zurück, zurück, hinter uns. Ah ja, ich sehn. Ah, hinten. Gut, hast du wieder Shotgun dabei? Jupp. Jetzt ist er weg. Nimm halt bitte irgendwas rein, er braucht zwei Schüsse. Er braucht zwei Schüsse dafür immer. Jetzt ist er weg. Jupp. Ja, oder die Pistole, genau, die Pistole geht auch. Aber nimm auf jeden Fall irgendwas mit, sodass du Kürbisfahren wegmachen kannst. Da war einer, der hat ihn ja uns geklaut. Fahr mal da links hoch, genau, am Berg da hoch. Dann noch bis zwischen den Bäumen. Aber scheint echt zu, als würden jetzt mehr spawnen, wenn der Alarm läuft. Vielleicht ist es wirklich diesmal, ähm, bevölkerungsabhängig. Ich will so ne Laterne noch killen. Hm. Ist sie da... Ah, ist einer. Wo? Ah, da oben. Stopp, stopp, stopp. Stehen bleiben. Nice. Bist du? Ja. Habe ich... 36 Kernen habe ich jetzt schon. Was war das jetzt? Wir nehmen uns dann auch einer. Ach so. Bälleküppel ist zwischen mir dann. 13 von 13. Er hat uns. 11 von 13. Ich hab 45 von 66. Aber es läuft gut so. Nur zu 13 kann man mehr abgrasen. Ja, und vor allem kriegen wir es halt alle drei. Ja. Weil wir halt im Fahrzeug sind. Und zwar nicht zu den Interessanten folgen jetzt, aber so. Ja, rettisch könnten wir es auch mit einer bei Pyre machen. Da vorne ist wieder einer links. Ja. Ja. Markus, nimm du ihn. Ja, ich glaube. Fahr mal da rechts rum. Rechts rum. Genau da runter. Komm mal langsam. Oho. Ne, hier ist nichts. Ach so. Na, hab ich mich vertan. Hab gedacht, ich hab einen gesehen. Ja, das meine ich auch ganz oft. Ah, da war einer. Direkt vor uns ist gerade einer geplatzt. Von der Mosse hier. Wira. Ich Mosse. Stopp. Zurück. Zurück. Zwischen den Steinen war was. Wut. Oder? Ja, ja. Hol mir. Ah, das weiß ich nicht. Nein, nein. Jetzt mag das. Wut. Anweisungsupdate. Jawohl. 40 Kerne. Was? 40 Kerne? Insgesamt. Ach so. Ich dachte jetzt schon, es war eine Laterne. Nein. Insgesamt hab ich 40. Wär's geil gewesen. Insgesamt hab ich jetzt 40. Was braucht ihr jetzt noch? Ähm. Ledergesicht 2 hab ich hier schon. Ist grad automatisch ausgefüllt. Ähm. Töte. Terran. Ach so, ich hab das alles schon erfüllt. Warte ich. Oh fuck. Sorry. Ausgestiegen. Mal kehrte Taste gedrückt. Stehnte Scheiß. Ich guck. Was brauche ich jetzt? Wälderalkörbis. Dann brauche ich das. Und dann brauche ich das. Ledergesicht 1 und 2. Hab ich. Ja, Ledergesicht kann ich euch dann zeigen, wie man das schnell abschließt. Ne, das hab ich schon. Ich brauche jetzt maskierter Mod. 15. Zerstörte Kürbislaterne 1 und 31 Weltraumkürbisse. Also eine Laterne sollte man noch finden. Ja, aber Laternen sind halt echt selten. Also das war jetzt meine erste Laterne grad. Da vorne ist ein Kürbis. Das hatte ich mal gezählt bei mir. Oh. Oh, das war ja noch. Oh, das war ja noch. Ja, davon ist noch ein Kürbis. Mach erst den. Ja, warte ich lass Futter den hier machen. Futter. Jo, der ist weg. Gibt wenigstens Serts. Und den. Ich? Ja. Und weg. Ah, hier ist auch einer. Ich wusste gar nicht, was hier so viel jetzt sind. Ja, da haben wir auch. Find ich's dann langsam auch mal wieder gut, wenn ich mal wieder ein paar Kerne krieg. Dann lass mich mal fahren. Ich geh die ganze Kerne und ich krieg keine. Soll ich fahren? Oh, da ist denn schon wieder einer gespawnt. Alter, den haben wir gerade erst weggeschossen. Den haben wir gerade eben erst weggeschossen. Den haben wir gerade eben erst weggeschossen. Oh. 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 Oh.